Ich hätte ein Geheimnis sein können. War es wohl aber nett. Naja, jetzt nochmal oder was? So schwer war das jetzt hier auch nicht, dass wir das extra noch machen müssen. Ah, die killen wir gleich. Ist ja später auch noch hier, weil dann alle dabei. Hey! Das haut'n, ist doch schön daneben. Ich die jetzt komplett in zwei Hälften gehauen. Nice! Zombie power, zombie power. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Yeah, yeah. Schön updancen. Schön updancen. Wutz, wutz, wutz. Wutz, wutz. Wutz, wutz. Wutz. Und tschüss. Wutz. Flick durch, blick durch. Eh, arsch? Ich muss die jetzt glatt machen oder was? Alles klar. komm mal her hey komm noch mal stehen oh 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 keine Kondition keine Kondition kein Leben was hat das jetzt? kommen ja immer mehr macht keinen Sinn wie geht es denn hier weiter? na komm, killen wir dich noch mal du hast echt Bock drauf abgeschlackt zu werden geschnitzeltes oh ja noch mal, komm wir der Dach noch mal hier kommt alle in meinen Suppe Top es ist noch Suppe da Zompi Chicken Soup Zompi Chicken Soup Zompi Chicken Soup gut ich hab's euch schon mal gesagt passt ruhig wie lange der immer braucht das ist echt das ist geht mir schon ein bisschen auf den Sack ein bisschen scheiße ey was ist denn da los es geht mir auf die Eier es geht mir auf die Eier meine hier Dingens achten ne? wissen bescheid Kondition 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 ich hab zu wenig Kondition ja das ist nicht aus nein also hier geht es nicht rum ey wie dumm hab ich vorher gar nicht gesehen oh Gott bin ich blind das ist alles so für den Arsch ja spring öp so was wenn ich so cool bin haha ey fick ich komm 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 und verarscht voll die Tür und schön abgeholt habt ihr das gesehen da hat einer die Steuerung gepumpt boah krasse Scheiße und da unten alle gucken gibts hier was gibt es hier was ne gibt es nichts alles so weiter net abgarten sehr nice adamente na Ähm, ja, jetzt, äh, ja, äh, ne? Das ist schepplich mein Verbandskasten. Na gut, komm schon. Ja, komm dir, ja. Äh, ich kann mich nicht. Kurze Arme, keine Kekse. Oh, tsch, das ist so geil. Und schon wieder kein Sound, alles klar, ich mach's. Scheiße, das ist das Ende. Äh, Zombie-Geräusche. Niemand weiß, wann das Ende kommt, erst wenn es zu spät ist. Alles schlau. Ah, Hilfe! Ah... 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 Ja, ja? Woher? Erstmal an links laufen. Was ist hier kaputt jetzt? He's dreaming. Ich kann nicht lernen. Ah, ich kann doch lernen. Ah, ich kann doch lernen. Was ist das denn nicht? Jetzt seh ich genau. Das ist ein Traum. Warum hab ich fast keine Ausdauer mehr? Wollte mich verarschen. Ja, aber du zieh ich mich einfach mal so am Bein in die Kuli runter. Und ich hab die Schraubblockade. Genau, du stinkst nämlich. Versanzter Penner. Ich hab' Bock, die Kratzer würde jetzt kriegen. Ah, ich wollt' dir. Fass mich schneller. Ekelter Mäßiger. Gehen hier ab? Gummische Stacheln da unten. Ja, tut mir leid, mach' mal weg. Was? Die Drecksratte? Hat meine Waffe geklaut? Oh, wir klauen Ratten Waffen. Ich hab' auch keine Axt mehr. Nee, das war zache. Ich hab' gar nichts mehr. Komm' ich jetzt da hin? Kann ich das einbrennen? Ich hab' keine Waffen. Willkommen. Ich bin Herald, die Ratte. Und das ist meine Waffe. Du bist die Ratte. Ich glaub' nicht in deinen Augen. Selbst wenn du nicht weißt, wo ich bin, kenne mich, wenn du mich besitzt. Cool. Dann, wenn du mir ein bisschen helfen willst, dann geben wir mal meine Waffen wieder. Hä, was bist du denn? Wie komm' ich jetzt da? Ich bin da hin? Da ist doch irgendwas. Lass mich da hin. Lass mich da hin. Lass mich da hin. Ah, guck mal an. Irgendwas ist das hier. Ah, toll. Also ein Wilder. Auch so ein Ratnack hier aus dem Wald. Ah, cool. Oh, ich bin schlau. Boom, tot. Ja, lauf mal rein in die Falle. Zeig mal, was da geht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Geht hier was? Geht hier was? Ja, ich kenne nichts. Ah, halt, 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 halt. Ist das jetzt eine Falle oder nicht? Oder ist das ein Geheimnis, ne? Man muss das halt ausprobieren, ne? Hm, weder noch. Weder noch. So, dann du dich mal. Good job. Ach, ja gut, was weiß, sieht man es, dass da kein Boden ist. Könnte auch durchgehender Boden sein. Naja. Jetzt weiß ich es ja. Jetzt wissen wir was. Uiui. Uiui.